Smarta und ihre magische Tasche Hallo, ich bin Smarta und das ist mein Hund Spotty. Wir träumen davon, in die Berge zu gehen. Das ist sehr interessant. Bergsteigen ist aber gar nicht so einfach. Man muss ein Lagerfeuer machen können und ein Zelt aufbauen. In den Bergen ist es sehr schön. Aber zuerst müssen wir packen, was man zum Bergsteigen braucht. Das ist sehr schön. Das Abenteuer kann beginnen. Das Abenteuer kann beginnen. Das Abenteuer kann beginnen. Spottie und ich wollen in die Berge wandern. Oh, wie toll. Darf ich mitkommen? Kannst du hochspringen? Und Klimmzüge machen? Nein, nein. Kannst du spezielle Knoten machen? Ja, das kann ich sehr gut. Fertig. Schau mal. Gut, oder? Ach, toll. Aber das ist ein Knoten für den Kindergarten. Nicht fürs Bergsteigen. Heißt das, dass ich darf nicht mit euch zum Bergsteigen? Spottie, wir müssen Amaya vor unserem Ausflug trainieren. Navigator, hey. Navigator, hey. Ich bin Navigator, hey. Bring dich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey. Ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, welche Richtung es geht. Hallo, Mädels. Wo wollt ihr denn heute hin? Wir wollen Bergsteigen gehen. Aber vorher müssen wir noch trainieren. Also, wenn ihr trainieren wollt, müsst ihr ins Fitnessstudio. Und das ist im Einkaufszentrum. Das kenne ich. Da war ich schon mal. Du kennst also den Weg? Ja. Prima. Tschüss. Gehen wir. Los, kommt. Smarter. Bist du dir sicher, dass du den Weg kennst? Ja, klar. Du musst auch lernen, dir den Weg zu merken. In den Bergen ist das sehr wichtig. Aha. Tschüss. Consatted cuz sie es erlebt. Ab in den Bergschlag. Aber erziekt ist die Wurzeln. Bergen geht es. Ich bin. Eh? Woah ja. Es ist die Wurzeln. Dann können Sie es Fantas von meinenachen erreichen gehen. Ah, wie toll! Was macht man denn auf diesem Gerät? Rennen! Sehr gut! Und ich trainiere an einem anderen Gerät. Weißt du, was man hier machen muss? In die Pedale treten! Richtig! Oh, was soll ich jetzt machen? Gehen wir zur Sprassenwand! Und was macht man hier? Sich hinhängen! Richtig! Klettere hoch, Amaya! Sehr gut! Und jetzt zieh die Beine hoch! Oh je! Smarter! Ich bin fix und fertig! Ich glaube, das genügt für heute! Smarter! Das Trainieren hat Spaß gemacht! Ich komme ganz bestimmt wieder! Dann kann ich mit euch in die Berge! Wo ist Spotty? Er war doch eben noch hier! Schau mal! Da ist er! Çok faço her! Ja! Ja! Ta! Ja! 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 Ja!